Der gestrige Tag war schon Vergangenheit. Eine schmerzvolle zwar, aber auch dieser Tag würde hinter dem Tor des Vergessens versinken. Maria wartete schon vor dem Haus. Agnes entschuldigte sich. Ich bin mit Natascha eingeschlafen. Ist schon gut. Lass uns gehen. Die Bank ist hier in der Nähe. Maria hatte einen sehr eleganten schwarzen Stock mit einem Silbergriff, auf den sie sich stützte, und so gingen sie langsam die Straße entlang. Maria hatte am Telefon alles vorbereiten lassen. Du hast jetzt, bis das Testament eröffnet wird, jeden Monat 6.000 Franken zur Verfügung. Meinst du, dass dir das reichen wird? Für mich ist das ein Vermögen, Maria. Agnes musste nur unterschreiben und ihren Pass vorlegen. Du bist sehr großzügig, Maria. Vielen Dank. Es ist das Einzige, was ich tun kann. Du sollst wenigstens keine finanziellen Sorgen haben. Nach der Bank gingen sie in ein Reisebüro und buchten drei Flüge nach Zürich. Dann bat Maria Agnes mit ins Grand Café zu kommen, in ihr Lieblingscafé. Dieses Café erinnerte noch an die gemütlichen Kaffeehäuser Wiens. Die beiden Frauen, die tags zuvor von ihren Kindern hatten Abschied nehmen müssen, spürten in dieser nostalgischen Atmosphäre, wie nahtlos Leben und Tod ineinander verwoben sind. Dass ihr Dasein weiterging, dass Jammern zu viel Energie kostet und zu nichts führt, außer dass man dadurch noch mehr geschwächt wird und sich elend fühlt. Solcher Art Gedanken hingen sie nach. Jede auf ihre Art. Schreibst du gerade an einem Buch? fragte Maria. Du musst wissen, ich habe alle deine Bücher gelesen und deine Gedanken über das Leben, vor allem dein Humor, haben mir sehr gut getan. Das Schreiben kann ich vorläufig vergessen. Dazu brauche ich Ruhe. Die Kinder verdienen meine ganze Aufmerksamkeit. Es würde auch gar nichts nützen, etwas nur halbherzig zu tun. Ich glaube, viel eher muss ich meinen Körper trainieren, dass er durchhält. Maria lachte herzlich. Sie ist einfach als eine Art Jungbrunnen. Du bist gut, Maria. So kann man es auch betrachten. Los, Großmutter, Treppen hoch, Treppen runter. Bring mir dies, bring mir das. Aber bitte schnell. Und Reto? fragte Maria unvermittelt.